Heute bauen wir neue Morphism mit CSS, also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part dieses YouTube-Tutorials. Und zwar haben wir letzte Woche ja mit Adobe XD das Ganze konzeptionell erstellt und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung für alle, die neu dazugekommen sind. Falls ihr euch nicht für UI-Design interessiert und Adobe XD euch herzlich egal ist, dann könnt ihr aber auch so diesem Video einfach folgen, was heißt, es ist kein Potenzial, das zu wissen. Die Leute, die sich dafür interessieren, können aber gerne mal vorbeischauen. Aber grundsätzlich, Neu Morphism ist ein Design-Trend, der sich jetzt in den letzten Wochen immer mehr auf Dribbble, Beyoncé und Co. rauskristallisiert hat. Deswegen sollte ich ihn einfach mal abdecken, beziehungsweise möchte ich ihn auch gerne mal abdecken. Und wir werden das Ganze jetzt mit CSS3 umsetzen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, wir fangen auch gleich damit an. Falls ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben Discord. Joint der Community, sagt hallo, stellt eure Fragen oder helft anderen. Grundsätzlich, ja, verlieren wir keine weitere Zeit und legen los, viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Das ist das, was wir heute am Ende haben werden. Was heißt, den Screen, den wir letzte Woche ja in Adobe XD gebaut haben, haben wir hier jetzt als funktionsfähigen Prototyp. Beziehungsweise, wir haben hier so ein paar Hover-Effekte drin, wenn ich hier rübergehe. Wenn ich hier irgendwo drübergehe, sehen wir auch, was sich verändert. Und hier bei dem Button geht das auch so ein bisschen raus. Wir haben sonst hier keine Mechaniken drin. Also man könnte jetzt ohne Probleme natürlich hier raus einen wirklich funktionsfähigen Slider bauen. Oder so etwas, wenn ihr das wollt, schreibt es mal in Videokommentare. Heute geht es hier wirklich um die CSS-Anpassungen. Und das Ganze seht ihr wunderbar. Grundsätzlich, diese Live-Demo findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr einfach direkt auf die Live-Demo draufklicken und könnt das Ganze testen. Ist auf CodePen und naja, jetzt legen wir mal direkt los im Editor. So, unsere Version sieht noch nicht ganz so schön aus. Was heißt, ich habe hier aber schon einiges vorbereitet. Ihr seht hier meine Live-Entwicklungsumgebung. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr irgendwie Fragen oder Probleme habt. Wir nutzen hier eigentlich heute nur unsere Main-SAS-Datei. Ich kann das Ganze auch ein bisschen dichter ranholen. Und hier oben unsere Index-HTML. Außerdem habe ich hier in unserem Zielverzeichnis sozusagen einen Image-Ordner. In diesem Image-Ordner liegen drei Bilder. Was heißt, diese habe ich auch schon vorbereitet. Ansonsten machen wir hiermit nichts. Deswegen blende ich das jetzt aus. In unserer HTML habe ich einen Wrapper. Dieser Wrapper umfasst im Prinzip unsere gesamte Seite. Also alles, was wir heute bauen werden, wird von diesem Wrapper umfasst. Das hat mehr oder weniger nur den Grund, dass man dieses Mobile-Ansicht generieren kann, auch wenn man ein Fullscreen ist. Einfach für die Schönheit. Hat nichts mit dem Effekt an sich zu tun. Dann haben wir hier unseren Header mit unserer Überschrift und unserer Hubline. Wir haben hier unsere Slider-Section, wo unsere drei Bilder verlinkt sind. Jeweils wieder in eigenen Klassen. Hier haben wir unsere Navigation, das sind diese drei Circles mehr oder weniger, mit einem, der aktiv ist. Und hier unten haben wir unseren Footer, wo im Prinzip hier unser Button drin ist und ein P-Tag für registrieren. Wie gesagt, wir haben hier keinerlei Mechaniken drin. Was heißt, hier müsste das theoretisch wahrscheinlich ein Link sein. Auch auf unserem Button müsste ein Link liegen. Hier müsste irgendwelche IDs vergeben werden, damit wir es mit JavaScript ansprechen können. Das ist in diesem Video alles nicht der Fall. Wenn ihr das gerne sehen wollt, ich mache gerne ein interaktives Video, wo man dann noch ein bisschen mehr Mechaniken reinbringt. Allerdings schreibt das dann einfach in die Videokommentare. Grundsätzlich gehen wir jetzt erstmal in die Main-SAS-Datei und schreiben als erstes mal den essentiellsten Befehl, den wir heute schreiben werden. Und zwar unseren Neomorphism-Background. Das Ganze können wir ganz einfach machen, indem wir eine neue Klasse definieren. Diese heißt Neomorphism-Background. Und die bekommt jetzt einige Informationen. Als erstes nämlich Border minus Radius und dann Doppelpunkt und dann Radius. Diese Variable habe ich noch nicht definiert. Ich habe hier oben schon ein paar Farben definiert, aber noch nicht unsere Radius-Variable. Diese definiere ich als 3rem. Und so haben wir jetzt schon mal unseren Neomorphism-Effekt im Prinzip einen Border-Radius gegeben. Das nächste, was wir brauchen, ist der essentiellste Kerneffekt und zwar Box Shadow. Hier haben wir jetzt 0.5rem, 0.5rem, 0.5rem. Was heißt, das ist wie eine Doppel-XD, X-Verschiebung, Y-Verschiebung und wie weit der Schatten im Prinzip blurrt. Und das nächste, was wir haben, wir nehmen unseren Shadow-Dark, fügen den hier ein und jetzt machen wir direkt weiter mit dem Komma und sagen minus 0.5rem, minus 0.5rem, 0.5rem. Und haben jetzt im Prinzip die Gegenkraft, was nach oben hinweg geht, definiert und sagen hier Border-Shadow-Light. Das Ganze können wir jetzt so, wie es hier ist, abspeichern. Wir machen jetzt hier allerdings noch einen Transition-Befehl und zwar all und 250 Millisekunden, beziehungsweise wir machen das ein bisschen schneller, 150 Millisekunden. Und wir definieren hier drin direkt und Doppelpunkt-Hover, Komma und Doppelpunkt-Fokus. Als erstes sagen wir Outline. None ist jetzt für die Barrierefreiheit nicht das optimalste, allerdings sieht das netter aus für diesen Demo-Effekt. Später sollte man irgendwie einen Fokus definieren. In unserem Fall sagen wir hier jetzt Box-Shadow ist, wollen wir animieren im Prinzip und verdoppeln hier überall diese 0.5. Ganz einfach und zwar so. Im Prinzip ist das schon alles, was wir zu tun haben, um diesen Neumorphism-Background zu definieren. Also das brauchen wir, mehr brauchen wir nicht. Und wie man das jetzt genau anwendet, kommt jetzt. Was heißt, wir brauchen als erstes, machen wir uns das Leben ein bisschen leichter und fangen mal ganz oben mit der Überschrift an, indem wir jetzt als erstes mal unseren Wrapper definieren. So, unser Wrapper bekommt jetzt einige Attribute, nämlich als erstes wollen wir ein bisschen Margin vergeben. Was heißt, erstmal wollen wir alles auf diese Seite zentrieren. Deswegen sagen wir unserem Body, wir wollen alles Center haben. So, als erstes, wie gesagt, Wrapper bekommt ein Margin. Oh, nicht Max Resolution, Margin und hier sagen wir 5 View Height, wollen wir nach oben in Abstand haben. Auto, dann 5 View Height nach unten und hier ebenfalls Auto. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Das passiert, wie ihr seht, noch nicht viel. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen Max Width, in diesem Fall einfach 30 Rem. Das nächste, was wir machen, ist Extend und dann fügen wir unseren Effekt hinzu. Was heißt, wir wollen jetzt hier unseren Neomorphism-Effekt hinzufügen. Es passiert jetzt noch nicht viel, das seht ihr jetzt ja gerade. Das nächste, was sie sagen, ist Max Height. Hier sagen wir 90 View Height und hier sagen wir Display Flex, beziehungsweise wir kopieren uns einfach komplett diesen Auszug hier, fügen das ein, sodass alles in der Mitte zentriert ist. Ihr seht aber, irgendwie passiert hier noch nicht sonderlich viel. Und das hat den einfachen Grund, dass hier im Prinzip unsere Geschichte noch nicht so optimal funktioniert. Was heißt, irgendwo habe ich hier einen kleinen Fehler, beziehungsweise wir fangen einfach mal an und blenden erstmal unsere Sachen hier aus. So, tschüss. Jetzt haben wir hier unseren Effekt. Was heißt, man sieht schon, okay, wir haben jetzt hier unseren Header. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist, wir wollen wirklich unseren Header mal so aussehen lassen, wie es später aussehen soll, beziehungsweise wie wir es vorhaben, dass es mal aussieht. Und zwar sagen wir hier Header with 90%, Display Flex wollen wir haben. Und hier sagen wir ebenfalls Column on Center, sodass unsere beiden Schriftzüge hier später gleich definiert sind, beziehungsweise jetzt definiert sind untereinander. Jetzt sagen wir hier unsere H1 wollen wir ansprechen. Diese H1 bekommt als erstes meine Farbe, und zwar Prime. Dann bekommt sie Font Width. So, und zwar sagen wir hier Black. Was heißt, einfach die Schriftstärke wollen wir jetzt anpassen. Und wir sagen Font Size 5rem. Jetzt ist sie auch deutlich größer. Und wir sagen Margin 4rem 0, 0, 0. Und Padding, was heißt der Innenabstand, bekommt ebenfalls 0, 0, 0. So sieht das Ganze schon mal gar nicht schlecht aus. Das nächste, was wir haben, ist, wir haben hier in unserer Überschrift noch ein P-Tag. Dieser P-Tag bekommt ebenfalls Font als Schriftfarbe, bekommt Font Size 1.6rem. Speichern wir so ab und sagen hier Margin 0, 0, 0, 0 und Padding 0, 0, 0, 0. So, jetzt haben wir hier die ganze Geschichte schon mal gar nicht so schlecht definiert. Allerdings funktioniert hier irgendetwas noch nicht. Was heißt, unser Header braucht neben diesen beiden Elementen Justify Content Center. Hier ist ein kleiner Fehler. Und zwar muss das Ganze so aussehen. Was heißt Justify Content Flex Start. Was heißt, dass das Ganze nach oben rutscht. Und wir wollen eine Lai Items Center haben, sodass das alles schön in der Mitte zentriert ist, wie man es jetzt hier auch sieht. Das Ganze sieht jetzt hier immer noch nicht wirklich so aus, wie wir es gerne hätten. Und das müssen wir jetzt ändern, indem wir jetzt als erstes anfangen und unseren Slider definieren. Unser Slider ist diese Sektion hier. Hier haben wir später diese drei Punkte drin. Hier haben wir aber auch unsere Bilder drin. Und das Ganze wollen wir jetzt definieren. Dafür blende ich unsere Bilder wieder ein. Jetzt sieht alles wieder ganz schrecklich aus. Aber das ist nicht für lang. Und zwar gehen wir jetzt hier runter und sagen, wir wollen unsere Klasse Slider ansprechen, die wir hier unserer Section ja gegeben haben. Und in dieser Klasse kann ich jetzt weitermachen. Und zwar sage ich als erstes Overflow Hidden. Das heißt, ich möchte nur die Bilder anzeigen, die wir gerade wirklich sehen. Als nächstes kopiere ich hier wieder diesen Schnipsel hier rein und sage Display Flex, wieder Start, Column und auch wieder Center. Das heißt, wenn ich das Ganze speichere, passiert erstmal nichts. Wir brauchen das später. Das nächste, was ich mache, ist, ich sage With 100%. Das heißt, es soll nur noch 100% weit sein. Alles andere habt ihr gerade gesehen, wird durch Overflow Hidden, also durch dieses Attribut abgeschnitten. Und jetzt können wir weitermachen und sagen, Padding nach oben hin, nach links, nach unten hin zwei Rem und nach links wieder nichts. Das Ganze definieren wir jetzt einfach so fest. Und jetzt können wir weitermachen mit einer weiteren Klasse, nämlich Images. Und Images ist unsere Klasse, in dem später unsere Bilder liegen. Und die müssen wir jetzt nebeneinander rücken. Was heißt, wir nehmen bei unseren Images wieder hier im Prinzip als erstes mal Margin 0, 1 Rem, 0, 1 Rem. Was heißt links und rechts ein bisschen Abstand, beziehungsweise, nee, das ist falsch. Das ist Image. Das heißt, hier müssen wir sagen, with 200%. Das heißt, wir sagen, diese Box in Slider ist größer oder doppelt so groß wie die Box eigentlich, also wie Slider selbst, sodass das so ein bisschen Overlap hat. Hier sagen wir jetzt 2 Rem Abstand in jede Richtung. Das heißt, wir wollen das alles so ein bisschen auflockern sozusagen. Und hier wollen wir das Ganze jetzt ebenfalls noch in die Mitte zentrieren. Allerdings wollen wir hier mit Center arbeiten und hier mit Row. Das heißt, das Ganze speichern wir jetzt. Haben wir alles schön in der Mitte zentriert. Und jetzt können wir weitermachen, indem wir sagen, unsere einzelnen Images wollen wir ansprechen. Dazu definieren wir uns die hier drin und können jetzt hingehen, was ich gerade schon machen wollte mit Margin 0, 1 Rem, 0, 1 Rem. Hier sagen wir with 60%, speichern das Ganze ab. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Hier sagen wir Padding 1 Rem. Und auch hier nutzen wir jetzt wieder einfach diese Extend-Klasse, um unseren Effekt hinzuzufügen. Das speichern wir jetzt ab. Aber ihr seht, das ist noch nicht so richtig gut. Das funktioniert noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, weil wir unsere Images hier drin noch anpassen müssen. In unserem Fall sage ich with 100%. So, speichern das Ganze ab. Und jetzt sieht es schon deutlich besser aus, als wenn es vorher aussah. Das nächste, was wir machen, ist, ihr seht, hier unten ist noch ein deutlich größerer Abstand zwischen dem Bild und als hier in der Seite und dem Bild. Was heißt, hier müssen wir sagen Vertical Align Bottom. Was heißt, wir richten das jetzt korrekt aus. Ihr habt gerade gesehen, die Bilder sind ein bisschen weiter runtergerutscht. Und jetzt können wir hingehen und sagen hier ebenfalls Border minus Radius und definieren hier ebenfalls einfach unseren Radius rein. Speichern das Ganze ab. Und jetzt haben wir hier unsere drei Bilder, die schon gar nicht schlecht aussehen. Allerdings müssen wir hier unserem Radius im Prinzip ein bisschen was abziehen. Was heißt, 0,3 ziehen wir hier ab. Dann sieht das Ganze ein bisschen, sogar ein bisschen mehr, 0,5. Sieht das Ganze ein bisschen besser aus, weil im Prinzip hier außen der Außenabstand größer ist als der innen. Was heißt, ich muss noch ein bisschen größer, damit das gleich aussieht. Ja, so. Mit 0,6 sieht es richtig aus. Jetzt haben wir hier unsere drei Bilder. Diese sind, wie gesagt, einfach hier in diesem Image-Stift-Container und hier als Image-Tag verlinkt. Was heißt, die gehen hier einfach auf Assets, Image, Picture1, .jpg. Wenn ich hier mal meine Dateien öffne, sehen wir hier Assets, Image, Picture1, 2 und 3. Was heißt, so ist das Ganze aufgebaut. Falls ihr die Bilder zum Testen haben wollt, die sind auch unten in CodePan im Prinzip verlinkt. Und jetzt geht es weiter und zwar haben wir hier noch unsere Navigation hinterlegt. Was heißt, diese muss hier auch in irgendeiner Form existieren. Das heißt, wir bleiben hier in unserer Slider-Box und gehen jetzt hier nicht in unsere Bilder, sondern sagen, wir haben hier unsere Navigation. Diese Navigation bekommt die Weite 100%. Wir sagen auch hier wieder im Prinzip genau das hier. Zack. Und definieren das einmal runter. Und speichern das Ganze ab. Das nächste, was wir machen, ist, wir haben hier unsere UL-Liste. Diese hat standardmäßig Margin. Margin, so, 0. Und Padding ebenfalls. Setzen wir auch auf 0. Und jetzt können wir weitermachen und sagen hier drin im Prinzip wieder exakt dasselbe. Zack. Und zwar soll alles in einer Row in der Mitte zentriert werden. Und hier sagen wir jetzt LI. Und diese LIs kriegen jetzt einige Sachen mehr. Nämlich das Erste, was wir machen, ist, wir sagen LIST STYLE NON. Was heißt, dieser scheiß Punkt hier muss weg, sodass das Ganze auch wunderbar funktioniert. Jetzt nehmen wir das hier, fügen das hier unten ein, speichern das ab und haben jetzt unseren Effekt hier draufgelegt. Wir sehen aber noch nichts. Das liegt daran, dass unsere Liste standardmäßig ebenfalls ein Padding bekommt, den wir in unserem Fall auf 0 setzen. Und ein Margin, den wir fast auf 0 setzen. Hier sagen wir, Abstand nach rechts soll ein bisschen da sein. Wir sagen, okay, wir haben eine Weite, in unserem Fall 2 REM. Wir haben eine Höhe, ebenfalls 2 REM. Und sagen jetzt Position Relative. Und sagen hier Top, nee, Z Index 1. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und ihr seht hier, wir haben jetzt unsere drei Punkte. Die haben auch unseren Hover-Effekt. Das heißt, das funktioniert wunderbar. Allerdings wollen wir hier in der Mitte ja auch einen mit einem Aktiv markieren. Was heißt, wir haben hier drei Circles. Einer hat die Klasse Aktiv. Das wollen wir nutzen. Wir wollen da so einen schwarzen Punkt in die Mitte setzen, dass das Ganze auch wunderbar funktioniert. Prinzipiell geht das ganz einfach. Wir machen hier ein Und, dann zwei Doppelpunkt, After und können jetzt ein Pseudo-Element definieren. Hier sagen wir als erstes with ein REM, Höhe ein REM, sagen Display Block. Was heißt, wir wollen das Ganze auch später so verwenden können. Sagen Position, weil wir müssen es irgendwie positionieren. Position Relative. Z Index 2. Was heißt, wir wollen, dass wir über die andere Ebene liegen. Sagen jetzt Abstand von oben ist 0.5 REM. Abstand von links ist 0.5 REM. Das mache ich, weil die Außenbox, also das LI, 2 REM groß ist. Unser Aftertag ist 1 REM. Wir wollen also links und rechts jeweils 0.5 REM Abstand haben, damit das genau in der Mitte ist. Das nächste, was wir machen, ist Content. Ist leer. Müssen wir aber setzen, damit wir was sehen können. Und wir sagen Border minus Radius 100%. Was heißt, wir wollen hier, dass die komplett rund sind. Und das Ganze funktioniert im Prinzip nur so. Dasselbe müssten wir theoretisch auch hier oben setzen. Allerdings haben wir hier unten einen Border Radius mit 3 REM. Diese sind nur 2 REM groß. Was heißt, dadurch sind das automatisch Kugeln. Aber wir setzen das sicherheitshalber mal auf 100 REM. Falls wir das hier unten jemals verändern, bleiben das trotzdem Kugeln. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen jetzt, okay, wenn unser LI die Klasse Active besitzt, dann sagen wir, das Aftertag soll Background Color Prime bekommen. Was heißt, in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und hier reingehe, sehen wir hier unser Active. Ist auch richtig geschrieben. Das passt auch. Was heißt, eigentlich müsste es jetzt funktionieren. Ich weiß noch nicht, warum es nicht funktioniert. Ah, hier ist der Fehler. Was heißt, wir müssen das setzen. Jetzt ist es richtig. Jetzt sehen wir hier unseren Punkt. Was heißt, so müsste es eigentlich richtig sein. Wie ihr seht, das Ganze ist noch nicht so richtig zentriert. Das liegt daran, weil dieses Element auch noch einen Abstand nach rechts hat. Das wollen wir verhindern. Was heißt, wir sagen jetzt hier unten, zack, einmal hin, Doppelpunkt, Last Child. Was heißt, das letzte Kind-Element soll einen anderen Margin bekommen. Und zwar haben wir hier oben definiert, wir setzen hier einen Margin. Das Ganze wollen wir hier unten ebenfalls machen, allerdings mit 0. Und wenn wir das jetzt abspeichern, ist das hier alles auch richtig zentriert oder auch nicht. Warum ist es nicht richtig zentriert? Habe ich hier noch irgendwo einen Syntaxfehler drin? Nein, eigentlich nicht. Das sollte dann eigentlich funktionieren. Warum ist hier noch nicht alles richtig zentriert? Hier ist richtig, hier ist richtig. Dieses Element. Und was heißt, hier ist ein Doppelpunkt drin. Das darf natürlich nicht sein. Jetzt sieht man es richtig. Jetzt sitzt es auch korrekt. Was heißt, jetzt haben wir hier auch unsere drei Punkte. Was heißt, das letzte, was uns fehlt, ist hier unten unser Footer. Und unser Footer hat hier im Prinzip das Objekt Footer mit einem Button und einem P-Tag. Als erstes stylen wir hierzu mal einfach unser P-Tag, weil das kriegt genau dieselben Styles wie das hier oben. Und deswegen sagen wir jetzt hier, okay, als erstes sagen wir Footer. Hier sagen wir ein P. Und hier, ups, das können wir rauslöschen. Das brauchen wir nicht. Speichern wir ab. Und jetzt sieht das hier genauso aus wie oben. Was heißt, das ist korrekt. Das wollen wir so haben. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren jetzt den Rest unseres Footers. In unserem Fall sagen wir Width 100%. Sagen Höhe 20 Rem. Sagen Padding 5 Rem 0, 5 Rem 0. Speichern das ab. Jetzt setzt das auch alles schön in der Mitte. Sagen hier Border Radius. 100% in der rechten oberen Ecke. 100% in der linken oberen Ecke. Und unten an den Seiten 3 Rem und jeweils 3 Rem. Und das Ganze müssen wir mit Important setzen. Auch wenn ich das nicht gerne mache, müssen wir es, damit wir es überschreiben können. Weil wir im Prinzip jetzt diesen Effekt, also unseren Neomorphism, Neomorphism, warum sage ich immer Neo, Neomorphism Background hier setzen können. Zack, jetzt haben wir nämlich hier diesen Halbkreis, den wir generieren wollen. Und um diesen Halbkreis jetzt noch ein bisschen schöner zu generieren, beziehungsweise um den ein bisschen besser zu machen, müssen wir jetzt einfach noch unsere normale Flex Styling hier reinkopieren. Was heißt Display Flex, Justify Content. Also wir wollen, dass das Ganze oben startet. Wir wollen, dass das untereinander ist. Und wir wollen, dass alles zentriert ist. Was jetzt ein bisschen aufwendiger wird, ist unser Button. Hier müssen wir als erstes unseren Hintergrund vergeben. Das heißt Background Color. In unserem Fall sage ich, das Ganze soll Second sein. Wir müssen jetzt als nächstes Border als solches auf None setzen. Das heißt, wir wollen keinen Border. Wir wollen hier aber auch unseren Effekt einfach drin haben. Zack, wir speichern das jetzt mal ab. So haben wir schon mal unseren Effekt. Das nächste, was wir machen, ist Font Size 1.8 Rem. Anschließend setzen wir ein Padding. Und zwar nach oben 2 Rem, nach links 4 Rem, nach unten 1.7 Rem und nach links auch 4 Rem. So haben wir jetzt unseren Button hier drin gesetzt. Allerdings wollen wir hier auch noch Text Transform. Uppercase, was sagen wir, wir wollen alles in Großbuchstaben haben. Und wir sagen hier Font White Black. So, dass das Ganze auch Black, äh, Black natürlich. Hm, warum macht es nicht? Wir haben doch hier unsere H1. Unsere H1 hat Font White Black. Das wollen wir auch hier unten haben. Hm, warum macht es das nicht? Bold. Hm, Bold funktioniert. Black irgendwie nicht. Machen wir mal Boulder. Ja, keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Auf jeden Fall wollen wir die Farbe ändern und sagen Color Font. So, jetzt haben wir hier unsere Schrift definiert. Wir wollen jetzt nach unten hin noch ein bisschen Abstand haben. Was heißt, wir sagen jetzt hier einfach Margin 0, 0, 1.7 Rem und wieder 0. Das heißt, einfach so ein bisschen Abstand. Und damit haben wir im Prinzip unseren kompletten Effekt fertig. Was heißt, wir haben jetzt hier unseren Hover-Effekt mit drin. Wir haben so einen kompletten, ähm, ja, Neumorphism, Soft UI, äh, ja, Overlay im Prinzip kreiert. Das Ganze ist ein bisschen aufwendiger gewesen, aber ich finde, soweit kommt es ganz gut raus. Und wie gesagt, wenn ihr da einen richtigen interaktiven Slider oder so etwas sehen wollt, können wir das gerne in einem zusätzlichen Video erweitern. So, das war es wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt und in Videobeschreibung Twitter, Facebook, Instagram, Discord, join the Community. Und ansonsten, wenn ihr diesen Channel supporten wollt, findet ihr dort auch verschiedene Amazon Affiliate-Links, beziehungsweise Affiliate-Links im Allgemeinen. Oder ihr könnt einfach Mitglied dieses Channels werden und so diesen Channel etwas supporten und einige kleine Vorteile genießen. Grundsätzlich, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und ciao.